Nun möchte ich es gerne ausprobieren. Ich würde es einfach mal auskippen, wenn ich darf. Da ist schon einiges an so Kabeln drin. Das sieht nach was Wichtigem aus. Das hast du gut erkannt. Das ist nämlich das Herzstück des Ganzen. Das ist unser Makey Makey. Und hier auf der Vorderseite lassen sich schon so kleine Tastaturbefehle erkennen. Das sind einmal die Pfeile. Dann hast du hier Space und Click. Das ist quasi für die Leertaste. Und Click ist die Maus. Und da lassen sich eben die Krokodilklemmen anschließen, die wir hier auch finden. Probier es gerne mal aus. Krokodil ist ein bisschen, weil die sich so festbeißen können. Sieht man auch, das ist so wie ein zackiges Maul gemacht. Und ich kann das jetzt einfach... Einfach rein damit. Kann nichts passieren. Das sieht auch sehr stabil aus. Schon festgebissen. Sehr gut. Und wir haben das als Einsteigerseite und es gibt natürlich noch mal eine fortgeschrittenen Seite. Die sieht auch direkt technischer aus. Genau. Da muss man andere Kabel nehmen. Da gibt es ja auch noch mal ein paar Befehle. Und du kannst ja mal nach den Jumper-Wires oder Überprüfungskabeln suchen. Ja, das ist schon perfekt. Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen fummeln, bis man es rein bekommt. Aber hat wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten dadurch, ne? Genau. Man hat mehr Möglichkeiten und das ist natürlich trotzdem auch relativ einfach. Du hast es jetzt auch auf jeden Fall super gemacht. Hier hinten und vorne steht jetzt Earth drauf. Ich weiß, dass das natürlich irgendwie Erde heißt. Aber wie funktioniert denn das Makey Makey genau? Also wie der Name ja auch schon ein bisschen verrät, bedeutet Makey 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 vom Englischen. Das heißt, man kann aus Alltagsgegenständen eben eine Taste herstellen. Und das Prinzip ist so, dass man sich eben erden muss. Das heißt, ich bekomme den Strom über den Laptop in das Makey Makey, fasse die Erde an und kann dann hier quasi diese Tasten auslösen. Und damit schließe ich den Stromkreis und kann die Funktion an der Tastatur auslösen. Ich würde es total gerne mal sehen, wie die Verbindung vom Computer zum Makey Makey ist. Hast du es ja gerade schon gesagt. Kabel sehe ich hier. Sieht auch nach einem gängigen USB-Kabel aus. Ein bisschen wie so ein USB-Stick auch. Und hier musst du irgendwie rein, ne? Ja, okay. Es gibt auch nur eine Möglichkeit, das anzuschließen. Das geht schon mal sehr simpel. Auch wieder hier stabil und robust, dass hier nichts passieren kann. Okay, was können wir denn jetzt als allererstes mal ausprobieren mit dem Makey Makey? Also am einfachsten ist es immer, wenn man einfach mal ein Schreibprogramm aufmacht und dann eben austestet, ob denn die Tastaturbefehle funktionieren. Ja, okay. Du hast ja irgendwie gesagt, dass ich mich jetzt erden muss. Wie kriege ich das jetzt hin? Genau. Dann guck doch einfach mal, wo Erde steht und fass das mal an. Irgendwo? Genau. So, dass die Finger drauf sind. Und jetzt könntest du zum Beispiel die Leertaste einfach mal ausprobieren. Also da, wo Space ist. Seht schon, es bewegt sich nach vorn. Und mit den Pfeiltasten kannst du natürlich jetzt auch wieder nach hinten navigieren. Ja. Ja, das klappt sehr gut. Ja. Und das war es jetzt schon theoretisch. Das ist schon die einfachste Magie und jetzt ist natürlich nach oben hin alles offen. Ja. Das mit dem Schreibprogramm war ja jetzt nett. Aber du hast ja auch vorhin erzählt, dass ich Gegenstände zum Leben erwecken kann. Genau. Ich habe einfach ein paar mitgebracht. Die Kölner können mal ein bisschen Platz machen. Ja. Dann kannst du hier einfach mal ein paar raussuchen. Ja, sehe ich hier so ein Schneebesen, Küße, Alufolie. Was ist das hier? Genau. Das ist Kupferklebeband. Das leitet auch elektrischen Strom und man kann es auch im Gartenbereich anwenden, um Schnecken abzuwehren. Ohne Gift sozusagen. Genau. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich würde gerne irgendwas mit dem Apfel probieren. Der Apfel soll es sein? Okay, dann nehmen wir den Apfel. Wollen wir den Rest vielleicht gleich wieder weg? Ja. Da ist immer Platz. Okay. Apfel und Makey Makey. Wie kriege ich es jetzt miteinander verbunden? So klappt es ja nicht. Genau. Wir hatten ja vorhin schon die Krokodilklemmen. Dann machen wir das einfach mal so. Ich nehme mal das Makey Makey hier hoch. Und du kannst jetzt diesen Apfel einfach mal verbinden. Also das heißt eben wieder Krokoclip. Das hatte ich schon mal probiert. Das war diese Leertaste. Und jetzt muss ich das mit dem Apfel verbinden. Wie kriege ich das hin? Genau. Am besten suchst du einfach eine gute Stelle aus, wo du die Krokoklemme reinstecken kannst. Jetzt jetzt hier dran machen? Das wäre natürlich jetzt optimal für die Nutzung der Klemme. Aber damit es richtig leitet, ist es gut, wenn es im Saft steckt. Also steck einfach mal den Apfel rein. Hat gespritzt auf jeden Fall. Zack. Das müsste tief genug drin sein. Jetzt ist es schon verbunden. Genau. Jetzt verbunden. Okay. So. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir uns auch erden müssen. Wie gesagt, der Stromkreis muss geschlossen werden. Das heißt, wir brauchen einmal die Erdung und einmal die Taste außen. Ja. Also das heißt wieder ein zweites Kabel. Auch hier wieder egal, wo ich es reinstecke. Genau. Von den fünf ist das ganz recht. Ja. Okay. Und jetzt muss ich es wahrscheinlich anfassen. Genau. Immer am Metall berühren. Der Rest isoliert sonst. Und dann kannst du mal den Apfel anfassen. Das kennt man ja auch von ganz normalen Kabel im Haushalt, ne? Jo, jetzt passiert natürlich erstmal gerade nichts. Ich würde gerne, dass der Apfel irgendwie ein Geräusch macht oder so. Okay. Der macht natürlich nicht automatisch ein Geräusch. Da braucht man dann noch ein kleines Programm, was wir dahinter legen. Ja. Das kann ich dir aber auch zeigen, wie das funktioniert. Das wäre super.